Musik In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Baby auf der Hüfte im Trikoslen tragen können. Ziehen Sie den Trikoslen an, wie in der allgemeinen Anleitung beschrieben, und setzen Sie Ihr Kind aufrecht sitzend auf Ihren Bauch. Raffen Sie das Mittelband zusammen, stützen Sie mit beiden Händen den Nacken und Po Ihres Babys und schieben Sie Ihr Baby auf Ihre Hüfte. Breiten Sie beide Bänder wieder aus von Kniekehle zu Kniekehle. Und ziehen Sie anschließend das Bauchband über Ihrem Baby hoch. Kontrollieren Sie, ob die Schulterbänder gut ausgebreitet sind, sodass der Trikoslen komfortabel sitzt. Unterstützen Sie sein Köpfchen, wenn es einschlafen möchte. Auch hier ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Baby hoch genug tragen. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr Hüftbein als extra Halt gut benutzen können. Wenn Sie rechtshändig sind, tragen Sie Ihr Kind wahrscheinlich am liebsten auf der linken Hüfte. Möchten Sie Ihr Kind auf der anderen Hüfte tragen, kreuzen Sie dann die beiden Bänder auf dem Bauch andersherum. Trömmen Untertitelung des ZDF, 2020